Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite 3 Wir sind an einer Miesenstelle Wo ich nicht so genau die Miesenstelle Nein, nein, ich muss ähm Autos Die Autos hier Zerstören Und ja Ich bin auf jeden Fall einer Stelle Wo ich fragen muss Das Spiel ist echt schön Ich bin auf jeden Fall Ich bin auf jeden Fall Und da ist ein Künstler Ich bin auf jeden Fall Das Spiel ist ein Künstler Und da ist ein Künstler Ich bin auf jeden Fall Ich bin hier! Ich bin hier! Voh, wenn die Finde. Aber ich kann ja nicht so ein wenig sehen. Ich kann ja mal wiederholen. Aber ich kann ja nicht so ein wenig sehen. Ich bin so... Ich bin so... Ja, ich bin so ein wenig. Nein! Gleicher durch! Momentan. Weiter dann. Pass auf wo ihr entretet. Und hier geht es weiter. Entschuldigung. Bleib im Deckel. Nicht so gut. Und hier wieder. Momentan. Ich glaube, du bist so zu klein. Ich denke, du bist so eine Verstattung. Ich weiß nicht, dass du nicht so ein Angriff hast. Du bist mit Vichyno. Geh auf. Was ist das? Ich bin so ein Angriff! Hör auf. Wieso kommt der? Nein, ich bin so ein Angriff. Ist der? Ah, ich bin so ein Angriff. Ich bin so ein Angriff. Das war's für heute. Wie geht das? Ah, gut. So. Das war auf jeden Fall eine gute Sache zu machen. Dann können wir das zurückgehen. Ach, gut. Glocken sich an. Oh, gut! Tote Frau Ja, Tote Frau Warum nicht? Ich bin in der Höhle. Sieht aus. Ey, komm mal! Bitte, bitte! Ey, dieses Spiel ist auf jeden Fall richtig geil, ne? Ich entschuldige mich mehrmals und viermals dafür, dass ich manchmal so leise bin so lange, aber... Es ist wirklich spannend, dieses Spiel, und ich will auch nicht zu oft sterben, weil da macht es auch keinen Spaß. Ihr wisst, was ich meine, oder? Gut. Ey, alles klar. Ja, auf jeden Fall, um hier immer so rumzuperschen und so, macht auf jeden Fall richtig lauter. Also meiner Meinung nach ist das Spiel auf jeden Fall richtig gut geworden. Ja, die suchen natürlich alle die Leichen. Nehmen gegen Munitionen. Wir schleichen. Vielen Dank. Ich zerstöre einfach alle Fahrzeugen und dann kann ich nichts mehr machen. Das ist gut, ne? Was ist denn mein Mischinger? Ja, adios, amiguer. Ja, ich bin irgendwo, wo wo ich bin, das sitzt ja nicht. Boah. Hier ist es schon. Hier bleib ich. Hier wohne ich jetzt. Ich wohne hier drüben, die nicht weit. Okay. Nicht, aber! Da ist niemand. Sind die meiner Nähe, oder? Das hat sich gerade echt zu nah angehört. Sein Vorsicht! Ich bin hier. Jetzt nur nicht unachter werden. Nein! Okay. Gegenwart beglückt! Ich bin hier beglückt. 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 Wenn ich diesen Generator sabotiere, kann ich meine Schüsse maskieren. Ich bin hier beglückt. Ich hätte gerade einmal angerufen. Ich bin hier nicht zu meiner Arbeit. Oh Jumma Tut mir leid, aber keine Ahnung was das ist. Also Dämpfe anbricht oder so. Entschuldigung. Viermal ist das hier. Freut mich doch nicht. 5. 10. 3. 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 Was ist das? Auf, auf, auf! Auf, auf! Auf, auf! Nach oben! Nach oben, Rutan! Nach oben, Rutan! Der ist hier oben, Rutan! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh nein! Weiter laufen! Pass auf, wo die Heli ist! Auf geht's, wo die Hüte! Seht mal da drüben! Wachsam bleiben! So, ich kenne das ganze Gebiet! So, ich kenne das ganze Gebiet! Der ist noch mal da. 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 So, jetzt werden wir die Hüte! Bleib vor! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.